Mein Name ist Chantal Eschenfelder, ich leite die Abteilung Bildung und Vermittlung im Städelmuseum und wir sind mit unserem Digitorial für den Grimme Online Award nominiert worden. Das Digitorial soll auf den Ausstellungsbesuch vorbereiten, schon im Vorfeld mit verschiedenen Medien. Es gibt dort Texte, Bilder, Filme und eine ganz andere Art, das Thema der Ausstellung schon im Vorfeld zu vermitteln. Für uns ist das eine Möglichkeit, unseren Bildungsauftrag in den digitalen Raum zu erweitern und gleichzeitig dem Ausstellungsbesucher sozusagen ein angenehmeres Ausstellungserlebnis zu verschaffen, weil er sich schon selbst dann aussuchen kann, wie er seinen Weg in der Ausstellung findet, welche Werke ihn besonders interessieren. Und er natürlich auch dann nicht die Texte in der Ausstellung lesen muss, wenn viele Leute da sind, sondern er kann sich eben schon im Vorfeld informieren und weiß dann einfach besser Bescheid. Vielen Dank.